Ja, letztendlich machen wir ja alles. In dieser Saison haben wir ja alles schon gezeigt. Dass wir kratzen können, dass wir beißen können, dass wir uns in Ruhe auf die Spiele vorbereiten, dass wir Ruhe im Verein haben, dass wir die Unterstützung haben. Und das zeigen wir nicht nur jetzt, oder wollen wir nicht nur morgen zeigen, sondern das zeigt die Eintracht schon die ganze Saison über. Und ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil gegenüber den anderen Mannschaften, gerade die, die jetzt mit unten drin sind. Und wir können das definitiv, wir haben das gezeigt, dass wir gerade das Abstiegskampf, das wissen wir wie keine andere Mannschaft, das zu begehen. Auch wenn wir mal Höhen und Tiefen in den Ergebnissen haben, oder mal eine schlechtere Partie wie bei Hertha BSC Berlin abliefern. Aber das Herz hat diese Mannschaft, und deswegen hat sie es mehr als alle anderen verdient, die Relegation zu erreichen.